Das ist mein zweiter Workshop mit MJ und was mir am meisten gefällt, ist einfach die Offenheit und ich muss es wirklich wiederholen, was er gesagt hat, die ehrliche Haut von ihm, dass er wirklich uns das rüberbringt, was er erlebt hat und auch das Wissen, um jetzt weiter das Ganze anzuwenden, hat mir nach dem ersten Workshop gefehlt, das ist auch ein Kritikpunkt, den ich damals angesprochen hatte, was jetzt ausgemetzt wird in dem zweiten Workshop, das heißt die Bakter-Erfahrung am Bildschirm und auch mit dem Tradingplan. Ich kann nur sagen, Jay, mach weiter so.